Hallo meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Marine, äh, was hinten? Können Sie bitte stehen bleiben, bis ich zu integriert habe? Dankeschön. Wir... Okay. Nachdem ich schon wieder hier Feuer höre, uh, uh, mitnehmen. Wenn wir uns einfach so auf den Weg machen, und zwar sind wir jetzt hier gerade zwischen verschiedenen imperialen Anlagen, müssen Sie die Hauptanlage und dort den Titanen Invictus aktivieren mit unserer wunderbaren Energiefälle. So zum Henker. Wir brauchen diese Geschütze. Nordland, wo ist der Generator? Sehen Sie weiter, Sie finden ihn am Ende unserer Befestigung. Ich melde mich, sobald der Strom wieder fließt. Brüder, die Soldaten brauchen ihre Hilfe, bis die Geschütze aktiviert sind. Wir halten die Stellung. Genau, hilft einfach mal, äh... Drück zum Henker, muss ich den jetzt... Ah, ah, okay. Schaut halt interessant aus, genauso wie der Servo-Helm hier. Ich war zu langsam. Ja, 5 von 5. Hab einen Bauchschuss. Tun von mir. Tut aber nicht weh. Sie haben mir was gegeben. Sie lehnen mich nicht zusammen. Ich wünsche es mir aber. Ist es zu Hause Winter? Hab ich das gefragt? Ach. Mit mir stimmt etwas nicht. Ach. 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 Du musst halt ab. So, aber wir müssen die Verleidigungsanlagen reparieren. Oh, so... Es ist schon jetzt langsam hier. Ich habe jetzt gerade zu viel los. Und Hallöchen. Hammertime. Und... 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 Zack. Und der nächste. Kommt schon. Kommt schon. Ja, ja. Das hat jetzt einiges Schönes. Und ich weiß immer noch nicht, warum das Spiel hier so Faxen macht. Jetzt seh ich sie. Jetzt seh ich sie. Jetzt seh ich sie. Ja. Fram... ganz viel Schmerz, ganz viel Schmerz, ganz viel Schmerz Ja, und auch kein taktischer Rückzug, so wie es ausschaut, verdammt Das Licht stirbt Und Orks Und Menschen, eigentlich alles Na gut, dann müssen wir etwas taktischer vorgehen Komm schon Zeig mir, dass du nichts drauf hast Oh, oh, okay Nein, ich brech dir die Knochen, zwar so Und jetzt wird Golf gespielt Eingelog Ich hab, oh Gott Panik Hammer Time, los, kommt schon Das ist halt nicht gut Oh ja, wie ich jetzt erinnert bin Jetzt, komm schon Komm schon Marono Den schnapp ich mir gleich, komm her Komm her, ja Jetzt Einer Gehirnmachchen Ey Rote, wie hier in diesem Augenblick Oh ja, ja, jetzt gibt's auch keine Ich hab doch jetzt durch diesen Schönen heiligenkreis doch noch mehr Schilde und alles drum und dran Das ist ja alles hier gerade Na gut, da müssen wir ihn so machen Oh ja, da müssen wir ihn so machen Es ist ja, verschwinden sie von mir Und nochmal Golf spielen Bei Vorbereiten Und Abschlag Das ist am hängen, wer bist denn du? Oh Gott! Ne, kann ans nicht gut, kann ans nicht halt gut. Wow, wow, hey, 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 hey. Moment, Moment. Du kommst mal her. Ah, wie ist nicht besser. Bist du, du warst nicht. Und der nächste. Die nächste klagt nicht gleich. Ich glaub's hakt. Wo sind's denn hier? Granate! 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 Und noch eine Granate. Ja, zack! Und es wird Zeit, richtig aufzuräumen. Nummer eins, noch mal. Komm, 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 komm. Haben wir den ganzen Tag Zeit. Ah, okay, den brauch ich, 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 den brauch ich. Schnell exekutier, schnell exekutier, schnell ab. Ah, okay. Ah, okay. Du bist tot und du bist tot. Okay. Ah, nicht gut. Nicht bis bis gar nicht gut. Na gut, dann müssen wir ein ganz anderes Tag hier wählen. Dann mal kurz zur Röhre laufen. Dann müssen wir... Warte. Dann müssen wir das Hämmchen mal aufgeben. So, wechseln wir mal gegen die Axt aus. Das war Kanone. Jups. Ja, Mist ist weniger beeindruckt, aber müsste funktionen, müsste funktionen. Boah, okay. Ja, okay. Ah, wunderschön. Eska, schau das du. So, und das mit der Axt mal exekutieren. Ah, ich krieg's so nicht. So, oh, oh, oh. Ja, die Axt möchte ich wieder haben. Und, komm schon. Tja, ich möchte dich, verdammt noch mal. Oh Gott, oh Gott, und weg damit, und weg. Oh, joder. Komm schon, ich muss jemanden exekuten. Wie dem Imperator heute. Morgen könntet ihr tot sein. So wie jetzt ungefähr. So wie jetzt. Okay, also. Ah, mein Gott. Ah, mein Gott. Du hast hier nichts zu melden. Einfach mal nichts. Wiesche. Ich will da kommen. Du kommst als Neck. Okay. Das lass ich nicht mit dir machen. Boah. Du spinn. Ja. Da muss man wieder. Oh Gott, Hilfe. Ja. Da muss man wieder. Ah, da ist noch mal seiner. Und. Fähr damit. Alles, wo kommst du jetzt her? Habe ich ihn bis gerade? Ja. Ich habe den linken Arm heraus getackelt. Getackelt. Erst euch noch abschießen. Okay, jetzt gehen wir etwas taktischer vor. Granate. 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 Okay. Jetzt könnt ihr kommen. So. Der nächste. Und nochmal einer bitte. Ja. Ja. Nur noch mehr Mensch. Ja. Ja. Ist schon gut. Ist schon gut. Ja. 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 Ich glaube sie könnten irgendwas. Oh. 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 booked. Habe ich dir schon so aufgepasst sehe. Möchte ich noch einen Melter nehmen. Oh ja, oh ja. Jetzt, jetzt geht es hier in einen Kragen. Beute Melter. Ich lass mal werfen. Hier haben wir keine Chance. So, komm her. Töt euch gleich. Ich glaube ich bin. Der Space Marine tötet. So weit kommt es noch. Komm her, Groß. Du bist ein riesen Baby. Ah, ich glaube ich müsste auch noch treffen. Oh nein, oh nein. Ja, ich weiß den Kopf ab. Oh nein, oh nein. Oh nein. Ja, das war wenig gut. Und weg hier. Und weg hier. Und exekutieren. Da. Da. Oh, steck die Axt bei dir drin. Und weg mit dem Käfel. Den braucht keiner. Und der nächste. Komm schon. Oh Gott, oh Gott. Ah, die nächste Bombe. Äh. Verdammt. Lass mich dich endlich exekutieren. Da. Komm schon. Lass dich. Lass dich. Töten. Nein. Ah, das war doch nicht so. Ja, okay. Ja, okay. Das ist jetzt nicht mehr gut verlaufen. Ich bräuchte jemanden zum Exekutieren. Ja, hol den Spaceman, hol den Spaceman. Komm schon. Äh, komm her. Komm schon. Putt, 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 putt. Ja, komm schon. Putt, 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 putt. Komm schon. Nochmal bitte schleppen. Ich bitte schleppe dich so lange, bis ich dich töten kann. Auja, 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 auja. Das war, das war Lebensruf wenn ich. Okay, eher weniger für dich, aber für mich. So, und der du da oben. Ich denke, der könnte was. Nix gibt's. Ist vielleicht doch ein bisschen feige, was ich hier mache, aber. Wenn man mal bedenkt. Wie lange ich hier jetzt schon dran bin. So, Ganaten, Ganaten. Wenn man zum Plasma werfen überhaupt. Wow, 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 hey, 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 hey. Da hat die einen Rückstoß, das ist der Wahnsinn. Äh. Lolo lo, lo lame, lo, lo, lo. Ich schiesse um das invincible- gefährliche Pickle. Genau das ist die Okex. Eickehs für uns... Jaaahhh hurt, die wird es geschafft. Was soll noch sbeisten. Also, an der nach dem Pass Euerlionsluft midst. Er schießt die Menschen doch? Ja, er schießt die Menschen doch. Und zum Henke. Siehst du, er kommt hier sofort runter. Opsack. Wow. Da habe ich aber anderes gehört. Meine Quälen sind wichtiger als seine. Zu schocken. Und in slow motion. Wie schön. So. So, weg hier. Nein, 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 nein. dies ist ein job für den es sich zu sterben lohnt aber doch nicht auf diese art und war jetzt mit zurück das mit zurück ok sie wollten es um sich nicht ernst manche leute wollen einfach nur dresche haben und wie ich dich höre Komm her, du! Komm schon! Oh, gott, gott, gott! Aua! Aua! Das ist ja... Das ist ja fucking weh! Komm schon! Aua! 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 Jetzt doch! Er zeigt's! Das Blut der mehr Führer ist die Saat des Imperiums. Aua! 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 Okay, langsam, langsam! Das kann ja nicht so schwer sein. Damage, Pfeife! Aua! 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 Untertitelung. BR 2018